Als dein Anwalt rate ich dir, einen Schluck aus der kleinen braunen Flasche in meinem Rasier-Set zu nehmen. Du wirst nicht viel brauchen. Nur ein kleines Schlückchen. Was ist denn das? Ah, klar. Was ist denn das? Nach dem Zeug kommt dir pures Mescalin wie Malzbier vor. Malzbier? Adrenochrom. Adrenochrom? Hallo?